Als Nächste hat die Abg. Wissler das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vorsicht, Verantwortung, Vertrauen, so lautet der Titel der heutigen Regierungserklärung des Ministerpräsidenten. Sie sprechen davon, dass Deutschland und Hessen seien bisher gut durch die Pandemie gekommen und erfolgreich, und es gäbe Grund, sich zu freuen. Ich muss sagen, das ist doch ein Hohn angesichts von steigenden Infektionszahlen von über 73.000 Toten, einer beschämend niedrigen Impfquote und Pflegekräften am Limit. Verschätzt, verzögert, versagt, das ist der Dreiklang, den Ihren Umgang mit der Pandemie aktuell beschreibt. Wir befinden uns längst in der anlaufenden dritten Corona-Welle. Die Infektionszahlen gehen wieder hoch. In den letzten sieben Tagen gab es 5.600 neue Fälle in Hessen, über 25 % mehr als in den sieben Tagen davor. Die Inzidenz liegt bundesweit bei 83,7 % in Hessen, mit 89 % noch darüber, Herr Ministerpräsident. Die Impfquote ist noch viel zu gering, um davon zu sprechen, dass man die Pandemie auch nur annähernd unter Kontrolle hätte. Nicht einmal 4 % der Menschen in Deutschland haben vollen Impfschutz, und es gibt keine sinnvolle Teststrategie. Ja, wir haben die Instrumente, aber wir nutzen sie nicht, und das ist das Problem, meine Damen und Herren. In den Alten- und Pflegeeinrichtungen in Hessen, gerade in Hessen, sind massenhaft Menschen gestorben, weil sie zu spät und zu wenig getestet wurden. Herr Ministerpräsident, weil Sie viele große Teile Ihrer Rede darauf verwendet haben, zu sagen, für welche Versäumnisse Sie alle nicht zuständig sind, dafür sind Sie zuständig. Das liegt in Ihrer Verantwortung. Sie freuen sich darüber, dass die Infektionszahlen in den Pflegeheimen zurückgegangen sind. Aber zur Wahrheit gehört eben, dass 3.000 Menschen gestorben sind in hessischen Pflegeheimen. Das können Sie doch nicht einfach ausblenden und hier sich selbst loben für Ihre Teststrategie, meine Damen und Herren. Die Schulen wurden geöffnet ohne Luftfilter, ohne Teststrategie. Die Pandemie ist nicht unter Kontrolle. Sie droht gerade wieder völlig zu entgleiten, und dann waren doch alle Entbehrungen und alle Kosten der letzten viereinhalb Monate umsonst. Das Hin und Her mit dem AstraZeneca-Impfstoff sorgt gerade zusätzlich für Verunsicherung und droht die Impfkampagne in ihrer Akzeptanz zu beschädigen. Dabei wäre ein schneller Fortschritt bei den Impfungen doch so wichtig. Gerade hat der Verband der medizinischen Labore Alarm geschlagen und gemeldet, dass die Quote der positiven PCR-Tests in der letzten Woche um 20 % in die Höhe geschnellt ist. Das RKI prognostiziert mittlerweile, dass wir um Ostern herum höhere Infektionszahlen haben werden als an Weihnachten, wenn jetzt nicht entschieden gegengesteuert wird. Auch die Intensivmediziner schlagen Alarm. Wir steuern auf eine Überlastung der Krankenhäuser zu, so die Vereinigung der Intensivmediziner, und das in einer Situation, in der die Pflegekräfte längst über dem Limit sind und sich immer noch um die Menschen kümmern müssen, die in der zweiten Welle erkrankt sind und zum Teil immer noch auf den Intensivstationen liegen. Gleichzeitig sind die Einkaufsstraßen, die Parkplätze von Möbelhäusern und Baumärkten im Land am Wochenende wieder voll. Ein erneutes exponentielles Wachstum droht, und diese Situation hat sich abgezeichnet. Die kommt nicht überraschend. Angesichts dieser Lage waren die Öffnungsbeschlüsse verantwortungslos, und sie gefährden die Gesundheit und das Leben von Menschen, weil die dafür notwendigen Bedingungen nicht geschaffen wurden. Ich habe ungläubig und fassungslos die Pressekonferenzen nach der letzten Bund-Länder-Runde verfolgt. Teststrategie muss man noch entwickeln. Gibt es ausreichend Tests? Muss man einmal sehen. Impfen? Ja, da ist noch Luft nach oben. Die Beschlüsse von Anfang März führen direkt in die dritte Welle, und sie gefährden das, was in vier Monaten hartem Lockdown erreicht wurde und was den Menschen abverlangt wurde. Als Notbremse wurde beschlossen, dass Öffnungen lokal zurückgenommen werden sollen, wenn die Inzidenz drei Tage hintereinander bei über 100 liegt, und nicht einmal daran wollen sich alle halten. Dabei haben wir doch im November gesehen, was passiert, wenn die Inzidenz erst über 100 liegt und wenn sie mehrere Tage hintereinander über 100 liegt. Dann sind wir doch mittendrin im exponentiellen Wachstum. Dann haben wir wenige Tage später 120, 130, 140, 150. Jetzt haben wir es doch noch mit den ansteckenderen Mutanten zu tun, die noch ansteckender und gefährlicher sind als das Virus im November. Je mehr Raum wir dem Virus lassen, desto höher ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwann eine Mutante entwickelt, die resistent gegen die Impfstoffe ist. Und das sage doch nicht ich hier, sondern viele Expertinnen, viele Wissenschaftler teilen diese Ansicht. Die Virologin Melanie Brinkmann etwa, sie nennt die letzten Beschlüsse eine, Zitat, intellektuelle Beleidigung an alle. Sie wirft der Bundesregierung vor, die letzten Monate im Lockdown nicht genutzt zu haben, um Strategien zu entwickeln, wie die dritte Welle verhindert werden kann. Und als konkrete Maßnahmen empfiehlt sie eine effizientere Kontaktnachverfolgung, zügiges Impfen und intelligentes Testen. Alles Maßnahmen, die seit Monaten möglich werden, aber einfach nicht vernünftig umgesetzt werden. Ja, alle sehnen sich nach Öffnungen, insbesondere die Menschen, die gerade um ihre wirtschaftliche Existenz bangen, aber die Regierungen haben völlig versagt, die dazu notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Die Impfquote liegt bei 8 % bei der Erstimpfung. Es gibt nicht genug Impfstoff, und die Organisation von Impfterminen ist stellenweise chaotisch. Die Gesundheitsämter wurden noch immer nicht personell und technisch so ausgestattet, dass sie die Kontaktverfolgung wirklich nach Verfolgung leisten können. Herr Ministerpräsident, Sie freuen sich ernsthaft darüber, dass die Gesundheitsämter nach einem Jahr an ein einheitliches System angeschlossen sind. Nach einem Jahr. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das hätte schon seit einem halben Jahr mindestens so sein müssen. Darüber muss man sich doch nicht freuen, dass man das in einer halben Jahren irgendwann einmal hinbekommt. Beifall CDU und BÜNDNIS 90, 90 % Es gibt keine Teststrategie. Es gibt keine flächendeckende Versorgung mit kostenfreien Tests. Dass nun ausgerechnet die Minister Spahn und Scheuer die Taskforce Testlogistik leiten, das ist schon grotesk. Gerade Verkehrsminister Scheuer, der so ziemlich alles vermasselt hat, was er als Minister je angepackt hat, soll sich jetzt um die Teststrategie und um die Testbeschaffung kümmern. Das kann doch nicht funktionieren. Der Wert der 35er-Inzidenz wurde einfach vom Tisch gefegt, als klar wurde, dass die Zahlen immer noch drüber liegen. Statt also sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahlen nach unterzukriegen, wurden die Werte erhöht. 100 ist jetzt das neue 50. Inzidenzen dürfen aber doch nicht nach wirtschaftlichen Interessenslagen angepasst werden. Das gefährdet Menschenleben. Das ist doch auch aus wirtschaftlicher Sicht dumm, und das ist doch kurzsichtig. So ist doch der nächste Lockdown vorprogrammiert. Die Leidtragenden sind natürlich die Menschen, die erkranken, aber das sind doch auch die Gastwirte und die Kulturschaffenden und alle, die dann wieder nicht öffnen dürfen, weil hier ein Lockdown-Jojo organisiert wird, weil die Zahlen dann weiter steigen, weil die Notwendigkeit ist, dass wir die Zahlen nachhaltig herunterkriegen, dass wir das Virus nachhaltig eindämmen und nicht bei einer Inzidenz von über 60, über 70, über 80 Lockerungen beschließen, die direkt in die nächste Welle führen. Es gibt zumindest den Verdacht, der im Raum steht, dass diese Lockerungen auch mit den Wahlen des letzten Wochenendes zu tun gehabt haben könnten. Auch Sie, Herr Ministerpräsident, haben die Lockerungen so allererst auf einer CDU-Wahlkampfveranstaltung angekündigt, das ist kein verantwortungsvoller Umgang mit der Pandemie. Das Selbstlob, das Ihre Rede durchzogen hat, ist vollkommen unangebracht. Wie erklären Sie das denn den Menschen, die Angehörige verloren haben durch COVID-19? Wie erklären Sie das den Menschen, die selbst schwer erkrankt sind und heute noch an den Folgen leiden – Long-COVID? Wie erklären Sie das den Menschen, die als Ärzte und Pflegekräfte seit einem Jahr um das Leben von COVID-19-Patienten kämpfen, die unter schwierigsten Bedingungen Menschenleben retten, die Überstunden gemacht und auf Pausen verzichtet haben? Denen kann man doch jetzt nicht allen Ernstes sagen, hey, es sind jetzt ein paar weniger Patienten auf Intensiv. Da habt ihr ja gerade wieder Kapazitäten frei. Dann öffnen wir doch einfach wieder, ohne ausreichend Tests, ohne ausreichend Impffluss, ohne ausreichend Kontaktflagverfolgung. Das geht buchstäblich auf die Knochen der Beschäftigten in den Krankenhäusern. Herr Ministerpräsident, sprechen Sie auch noch davon, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet gewesen wäre. Was ist das denn für ein Signal an die vollkommen überlasteten Pflegekräfte, die seit Jahren um Hilfe rufen und die seit Jahren auf einen Pflegenotstand hinweisen, der schon lange vor Corona existiert hat? Ich habe mit Ärztinnen und Pflegekräften gesprochen. Eine Ärztin hat mir erzählt, dass nur etwa 20 % der Patienten die Covid-Intensivstation, auf der sie arbeitet, lebend verlassen haben. Unter den Toten und Schwererkrankten sind auch Jüngere. Sie erzählte mir, wie anstrengend die Versorgung der Covid-Patienten ist, die intubiert und regelmäßig gedreht werden müssen, körperliche Schwerstarbeit, schweißgebadete dicken Schutzanzügen, die man nicht mal eben schnell ausziehen kann, um zur Toilette zu gehen oder etwas zu trinken. Eine Pflegerin erzählte mir, dass sie sich abends völlig ausgetrocknet fühlt, weil sie während der Schicht fast nichts trinkt. Immer mit der Angst, dass das Virus irgendwann unter die Schutzkleidung kriecht und man zu Hause die Liebsten ansteckt. Die Covid-Patienten sind nicht wenige Tage auf der Intensivstation, sondern meist wochenlang. Viele sind trotz allem Einsatz nicht zu retten. Stellen Sie sich vor, Sie kämpfen um das Leben von Patienten unter schwierigsten Bedingungen, unter körperlichen Anstrengungen, mit der Angst, sich anzustecken, und das Tag für Tag, wochenlang. Dann war alles vergebens, weil die Patientin stirbt. Das erleben Sie tagtäglich. Viele gehen weit über ihre körperliche und psychische Belastungsgrenze hinaus. Im letzten Frühjahr kam das alles überraschend. Da hat niemand mit dieser Pandemie gerechnet. Aber mittlerweile ist ein Jahr vergangen. Dieses Jahr wurde nicht genutzt, um die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern zu verbessern. Deshalb fühlen sich die Pflegekräfte im Stich gelassen. Sie fühlen sich im Stich gelassen, und sie fühlen sich vergessen. Viele Pflegekräfte sind ausgeschieden oder denken darüber nach, dem Beruf an den Nagel zu hängen. Nach einer aktuellen Umfrage sind rund 32 % der Pflegekräfte. Wer will ihnen das für übeln? Die geben alles, aber sie wollen sich auch nicht verheizen lassen – für wenig Gehalt und mit der Aussicht auf Altersarmut und bei einer dauernden Überlastungssituation. Den Pflegenotstand gab es schon lange vor Corona. Selbst der Pflegebeauftragte der Bundesregierung ist alarmiert, nur daraus folgt nichts. Wo ist denn das Sofortprogramm für angemessene Bezahlung? Das wäre doch ein wichtiges Zeichen, dass nicht nur geklatscht wird, sondern dass vor allem gehandelt wird. Wo ist denn das Programm zur Finanzierung von ausreichend Personal und Entlastung in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen? Nicht einmal dieser einmalige Pflegebonus kam bei allen Pflegekräften an, weil er so schlecht organisiert war und so merkwürdige Bedingungen enthalten hat. Während manche Tag und Nacht um das Leben von Corona-Patienten kämpfen, bereichern sich andere schamlos an der Pandemie. Es ist erbärmlich, dass einige Bundestagsabgeordnete der CDU und der CSU Hunderttausende Euro für Deals mit Schutzmasken erhalten haben, während andere Menschen in diesem Land sich um ihre Existenz sorgen. Dazu haben Sie nichts gesagt, Herr Ministerpräsident. Das kann man als stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender auch machen. Es ist doch bezeichnend, dass die CDU-Bundestagsfraktion ihre Abgeordneten jetzt aufgefordert haben, eine Ehrenerklärung abzugeben, dass sie sich an einer Pandemie nicht bereichern. Gleichzeitig wählt die CDU in Mecklenburg-Vorpommern Philipp Amthol Spitzenkandidaten, der für Aktienoptionen und teure Reisen im Gegenzug lobbyiert hat. Das ist wirklich sehr glaubwürdig, meine Damen und Herren. Das Problem ist doch, das sind keine Einzelfälle. Das ist System. Das hat jahrelange Tradition in den Unionsparteien. Sie waren es doch, die über Jahrzehnte hinweg den erfolgreichen Kampf gegen Korruption verhindert haben. Eine CDU, die immer wieder die Offenlegung von Nebeneinkünften und die Einführung von Lobbyregistern blockiert hat, sowohl in Hessen als auch im Bund. Deswegen gilt leider Offenheit und Transparenz. Das sind und bleiben die größten Feinde der CDU. Deshalb ist es dringend notwendig, dass hier Konsequenzen gezogen werden. Wir brauchen keine Ehrenerklärung, die freiwillig unterschrieben werden, sondern klare und verbindliche Regeln gegen Lobbyismus, sodass sich Bundestagsabgeordnete in einer solchen Krise nicht derartig schamlos bereichern können. Während einige wenige in der Pandemie reicher werden, werden viele ärmer. Das hat der Datenreport des Statistischen Bundesamts noch einmal bestätigt. Die untersten Einkommensgruppen waren am häufigsten von Freistellung und Erwerbslosigkeit betroffen. Jeder fünfte Geringverdiener gab an, in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten gekommen zu sein. Die Gastronomie mit ihren vielen Gelegenheits- und Minijobs ist seit Monaten wieder im Lockdown. Die Veranstaltungsbranche und der Kulturbereich waren seit einem Jahr eigentlich nie wirklich draußen. Hilfen erreichen diese Menschen kaum oder gar nicht. Ganz anders die Großen. Die Milliardenhilfen, z.B. für die Lufthansa oder für TUI, waren schnell geschnürt, ohne dass sie an den Erhalt von Arbeitsplätzen gebunden waren. Die Novemberhilfen für die Masse hingegen sind an viele Bedingungen geknüpft, und sie sind jetzt im März zum Teil noch nicht vollständig ausgezahlt. Jetzt im März noch nicht. Viele Menschen fallen komplett durch das Raster. Viele Kulturschaffende, viele Soloselbstständige scheitert die Hilfe am politischen Willen, und das ist ein riesiges Problem. Deshalb hat DIE LINKE einen solidarischen Lockdown gefordert, der Hilfen und Lasten gerecht verteilt und wo die Beschränkungen eben nicht nur am Privatleben und an einzelnen Branchen ansetzen. Es kann doch nicht sein, dass die Veranstaltungsbranche und Schausteller de facto seit einem Jahr einem Betätigungsverbot unterliegen und andere Unternehmen ihren Beschäftigten Homeoffice verwehren, weil sie keine Lust haben, in VPN-Anschlüsse zu investieren. Hier brauchen wir doch klare Vorgaben. Die Halbherzigkeit beim Infektionsschutz im Erwerbsleben und in den Betrieben trägt auch dazu bei, dass der Lockdown sich länger hinzuziehen droht, mitsamt seinen teils drastischen Einschränkungen im Privatbereich und für die Arbeitsplätze in bestimmten Branchen. Was wäre also nötig? Nötig wäre Testen, Impfen und die Kontaktnachverfolgung sicherstellen. Diese Instrumente gibt es, sie müssen aber umgesetzt werden, und zwar flächendeckend. Dazu braucht es eine Strategie und kein Stückwerk, meine Damen und Herren. Die große Gefahr durch Corona ist, dass viele Menschen infiziert sind, das aber gar nicht merken, weil sie keine Symptome haben, aber andere Menschen anstecken, die dann schwer erkranken. Dagegen gibt es ein wirksames Mittel, das ist das Testen. Es wird immer noch zu wenig getestet, und vor allem gibt es zu wenig kostenfreie Tests. Im weltweiten Vergleich liegt Deutschland bei Tests pro 1 Million Einwohner auf Platz 52. Weit hinter den meisten anderen europäischen Staaten, schauen wir nach Dänemark oder auch in andere Länder, stellen wir fest, dass dort deutlich mehr getestet wird. Wir Landtagsabgeordneten in diesem Saal werden die Woche jeden Tag getestet. Das ist gut, und das ist richtig. Aber das brauchen wir doch für viel mehr Menschen, die zur Arbeit gehen, die mit der Unsicherheit leben und nicht wissen, ob sie sich infiziert haben. So kann man Infektionen rechtzeitig erkennen. Ja, Herr Ministerpräsident, das kostet Geld. Aber es rettet Leben. Angesichts der immensen Summen, die gerade aufgewandt werden, und in einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt kann doch eine vernünftige Teststrategie nicht zu teuer sein. Natürlich ist Testen eine Momentaufnahme, und das macht Abstand und Maske nicht überflüssig. Aber durch regelmäßiges Testen werden Infektionen erkannt und Kontakte ermöglicht. Warum gibt es denn nicht wirklich flächendeckend Testzentren, wo sich Menschen kostenfrei testen lassen können? Diese verfehlte Teststrategie hat fatale Folgen. Das haben wir vor allem in den Alten- und Pflegeheimen gesehen. Im ersten Entwurf der Bund-Länder-Runde stand, dass jeder zweimal pro Woche kostenfrei getestet werden soll. Zweimal pro Woche. Das stand im ersten Entwurf. Das ist auch schon nicht sehr viel, weil man sich überlegt, dass die Tests nur einige wenige Stunden Aussagekraft haben. Jetzt ist es auf einmal die Woche gesenkt worden. Es kann doch nicht sein, dass man ausgerechnet an der Stelle sparen will. Herr Ministerpräsident, dass Sie jetzt sagen, dann sollen die Menschen ihre Selbsttests selbst bezahlen, wenn sie Freizeiteinrichtungen besuchen sollen. Viele Menschen haben massive Einkommensverluste durch die Corona-Krise, durch Jobverlust, durch Kurzarbeit, Menschen, die durch Niedriglöhne arbeiten, die Hartz IV beziehen, die von kleinen Renten leben. Die müssen sich jetzt schon medizinische Masken kaufen, weil sonst können die gar nicht mehr Bus und Bahn fahren oder einkaufen gehen. Das sind Einwegprodukte, die nicht im Hartz-IV-Satz enthalten sind. Jetzt sollen diese Menschen sich auch noch die Selbsttests selber finanzieren, damit sie vielleicht abends ein Bier trinken gehen können oder am gesellschaftlichen Leben irgendwie teilhaben können. Ich will Ihnen das nur sagen. Sie sagen 4 € pro Test, und das ist zu teuer für den Staat. Ich will Ihnen nur sagen, im Hartz-IV-Regelsatz für Kinder ist am Tag 3 € für Essen vorgesehen. Von den Menschen zu verlangen, die sowieso schon krasse Verluste jetzt einkommensmäßig erlitten haben, dass sie ihre Tests selbst bezahlen, wird zum einen darauf hinauslaufen, dass einfach Menschen sich nicht testen lassen, weil sie es sich nicht leisten können, oder es wird darauf hinauslaufen, dass Menschen vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind. Deswegen sagen wir, kostenfreie FFP2-Masken für alle Menschen, die sich das nicht leisten können, und natürlich kostenfreie Tests. Das brauchen wir, und das kann doch angesichts der immensen Kosten kosten. Ich meine, denken Sie daran, Sie haben ein Sondervermögen von 12 Milliarden € aufgelegt. Was kostet das die Bewältigung dieser Krise? Wenn wir das mit Testen die Zahlen herunterkriegen, dann darf das doch nicht zu teuer sein. Da kann man doch nicht sagen, die Leute sollen es selbst bezahlen. Im ersten Entwurf stand auch drin, dass die Arbeitgeber verpflichtet werden sollten, ihre Beschäftigten zu testen, wenn sie in Präsenz arbeiten. Das ist auch herausgeflogen. Warum? Warum kann man nicht die Arbeitgeber verpflichten, dass sie diese Tests anbieten? Man kann die Arbeitnehmer nicht verpflichten, dass sie sie annehmen, aber man kann die Arbeitgeber verpflichten, dass sie sie anbieten. Ich bin mir sehr sicher, dass die Nachfrage nach Kortest sehr groß ist und dass das notwendig wäre, um die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Aber in Hessen ist es der Landesregierung nicht einmal gelungen, die sowieso zu viel zu geringen Bundesvorgaben beim Testen rechtzeitig umzusetzen. Damit sind wir wieder deutlich hinter den meisten anderen Bundesländern. Das Gesundheitsministerium hat es nicht einmal geschafft, bis zum 8. März, wo eigentlich alle Menschen den Zugang zu kostenfreien Schnelltests erhalten sollten, die entsprechende Verordnung zur Kostenübernahme zu erlassen. Wieder haben Apotheken und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte aus dem Pressestatement erfahren, dass sie ab dem 8. März testen sollen. Dazu gab es aber weder die Tests noch das Testpersonal. Da sieht man, wie wenig vorausschauend sie agieren. Alle wussten doch seit Mitte Februar, dass es eine deutliche Ausweitung der Schnelltests geben wird. Aber was haben Sie denn daraus für Schlussfolgerungen gezogen? Warum haben Sie denn nicht vorausschauend Schnelltests eingekauft, Testcenter geplant und Testhelferinnen und Helfer geschult? Warum bestellt Hessen erst am 4. März Schnelltests, wenn am 8. März diese Flächendeckung verfügbar sein soll? Es ist wirklich unfassbar, wie schlafmützig diese Landesregierung in der Pandemiebekämpfung agiert. Aber auch in Hessen zeigt sich, dass es anders geht. Es haben sich die Kommunen selbst auf den Weg gemacht, um Dinge durchzusetzen. In Groß-Gerau wird seit mittlerweile vier Wochen an drei Standorten jede und jeder kostenfrei getestet. Im Wetteraukreis wird jetzt einfach mit den Impfungen in den Haushaltspraxen begonnen, während das Land noch ein Pilotprojekt ausschreibt. Die Kommunen handeln, weil ihnen die Zeit fehlt und die Landesregierung nicht in die Puschen kommt. Da gibt es keinen Grund, sich selbst zu loben. Da gibt es einen Grund, sich selbst zu hinterfragen, wenn nicht die Verantwortung abzuschieben. Es ist beeindruckend, dass es bereits nach zehn Monaten einen Impfstoff gegen das Virus gab. Aber wie bei der Forschung, die massiv, und zwar in Milliardenhöhe, durch öffentliche Mittel befördert wurde, gilt auch bei der Impfstoffproduktion offensichtlich, der Markt regelt es eben nicht. Wenn es Probleme mit den Produktionskapazitäten, den Lieferketten, die Beschaffung von Rohstoffen, dann muss der Staat eingreifen und die Lizenzen freigeben. Ja, dadurch wird nicht kurzfristig mehr Impfstoff zur Verfügung stehen, weil das langjährige Verfahren sind und die zugelassen werden müssen. Aber mittlerweile sagt doch sogar die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass man sich zu wenig darum gekümmert hat, um die Produktion und die Zulassung von Impfstoff. Die Pandemie wird doch auch im Herbst nicht vorbei sein, vielleicht für die reichen Länder dieser Welt. Aber wir müssen doch das Virus weltweit bekämpfen, damit man die Pandemie wirklich überwinden kann. Deshalb ist es doch auch Solidarität mit dem globalen Süden, zu sagen, eine faire Verteilung von Impfstoffen, weg mit den Patenten und her mit den Lizenzen. Beim Thema Impfen hört man auch keine Selbstkritik seitens der Landesregierung. Der Gesundheitsminister hat letzte Woche in der Hessenschau stolz erklärt, es geht voran mit dem Impfen. Hessen schließt zum Mittelfeld der Bundesländer auf. Herzlichen Glückwunsch. Als wäre das etwas, für was man sich loben sollte. Die Terminvergabe läuft immer noch ruckelig. Dann werden die Menschen teilweise noch durch Plattformen zu falschen Impfzentren geschickt. Dann sind es wieder die Kommunen und die Beschäftigten in den Impfzentren, die mit einer Engelsgeduld und viel Empathie für die Impfwilligen Tag für Tag solche Baustellen wieder glatt bügeln. Dafür auch an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön für alle, die diese wichtige Arbeit leisten. Zum Impfdebakel gehört auch. Vollkommen schief gelaufen ist die Impfung der über 80-Jährigen, die den Weg zum Impfzentrum nicht schaffen, die zu Hause gepflegt werden. Das ist eine hochvulnerable Personengruppe, die oft vorerkrankt ist, die bettlägerisch ist, mit viel Kontakt zu unterschiedlichstem Pflegepersonal. 50.000 Menschen in Hessen haben sich, wie von der Landesregierung gefordert, schon im Januar schriftlich für eine Impfung zu Hause registriert. Sie warten bis heute. Warum? Weil das Land nicht in der Lage ist, innerhalb von zwei Monaten den Kommunen eine simpler Adressdatei zu übermitteln, damit die mobilen Impfteams ausschwärmen können. Warum? Wie erklärt das Innenministerium das? Das Innenministerium sagt, es gäbe datenschutzrechtliche Probleme gegeben. Herr Beuth, die Menschen haben Ihnen schriftlich eingewilligt. Dummes Zeug, haben Sie gerade gesagt? Ich bitte, Äußerungen von der Regierungsbank aus Zwischenrufe zu unterlassen. Interessant, wenn der Innenminister einmal hier am Pult erklären würde, warum das eigentlich nicht funktioniert für den mobilen Impfteams. Wenn das alles dummes Zeug ist, was ich hier erkläre, dann wäre ich sehr gespannt auf Ihre Einlassungen dazu, Herr Minister. Wer Großartiges leistet, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das medizinische Personal und das organisatorische, die Menschen, die an vorderster Front und unter hohem persönlichen Einsatz und unter schwierigen Bedingungen gegen das Virus kämpfen, die Beschäftigten in den Krankenhäusern, in der Pflege, in den Gesundheitsämtern und in den Laboren. Diese Menschen leisten sehr viel für diese Gesellschaft. Seit Jahren wird dort vor einem Pflegenotstand gewarnt. In Hessen gibt es fast täglich Gesundheitsämter, die Überlastungsanzeigen machen. Aktuell melden der Kreis Offenbach und der Lahn-Dill-Kreis einen Engpass der Kategorie 3, höchste Kategorie. Das bedeutet, die Durchführung von Infektionsschutzmaßnahmen erfolgt aufgrund von Kapazitätsengpässen nicht mehr vollständig. Ja, Herr Ministerpräsident, nach einem Jahr haben wir eine Nachverfolgungs-App und ein einheitliches System, sagen Sie heute, nehmen Sie die Überlastung ernst im öffentlichen Gesundheitsdienst. Stocken Sie dort Personal auf, statt sich dafür zu feiern, dass Sie jetzt endlich einmal im Bereich der Digitalisierung einen Minischritt vorangekommen sind. Wir müssen dort die Lehren aus der Krise ziehen. Das heißt, dass das Gesundheitssystem gut ausgestattet werden muss, statt es mit Privatisierungen und Fallpauschalen immer weiter auszuquetschen und auf Kante zu nähen. Es wurde darauf hingewiesen, dass Kinder und Jugendliche besonders unter der Lockdownsituation leiden. Das trifft natürlich den Bereich der Schulen und der Kitas. Da fragt man sich natürlich, warum hat die Landesregierung so lange den Wechselunterricht blockiert? Warum gibt es keine Luftfilter in den Klassenräumen? Ja, warum gibt es an vielen Schulen nicht einmal Seifenspender, damit die simpelsten Hygienemaßnahmen eingehalten werden können? Wir leben in einem reichen Land, aber die Schulen sind so schlecht vorbereitet auf die Pandemie. Da hat die Landesregierung den letzten Sommer komplett verschlafen. Er hätte genutzt werden können, um sich auf den Corona-Winter vorzubereiten, um echte Konzepte zu entwickeln. Lüften ist kein Hygienekonzept, meine Damen und Herren. Herr Ministerpräsident, Sie sagen, Deutschland und Hessen sei bisher gut durch die Krise gekommen. Das mag für die erste Welle noch gelten. Aber angesichts von 73.000 Toten, von fast 3.000 Toten in hessischen Pflegeheimen und von aktuell stark steigenden Infektionszahlen ist Selbstlob völlig fehl am Platz. Sie reden an der Realität vorbei. Das hat mit Vorsicht, Vertrauen und Verantwortung nun wirklich nichts zu tun. Es hat nichts mit Vorsicht zu tun, wenn Sie heute ankündigen, entscheiden zu wollen, wie Hessen reagiert, wenn die Inzidenz von 100 auf 100 steigt. Herr Ministerpräsident, Ihre Aufgabe wäre es zu verhindern, dass die Inzidenz auf über 100 steigt. Das zu verhindern und die Zahlen runterzukriegen und nicht dabei zuzuschauen, wie die Inzidenz immer weiter steigt, das hat man doch. Die Erfahrungen haben wir doch im Herbst gemacht, da man viel zu spät reagiert hat und auf einmal im exponentiellen Wachstum war. Vertrauen. Sie verspielen Vertrauen durch chaotische Impfvergabe, durch fehlende Tests und durch CDU-Abgeordnete, die sich in der Pandemie bereichern. Auch dazu haben Sie leider nichts gesagt. Verantwortung würden Sie übernehmen, wenn Sie Ihre eigene nicht immer auf den Bund, auf die Kommunen, auf die Schulen abschieben würden, und wenn Sie Verantwortung für Fehler übernehmen würden, statt sich völlig unangebracht zu freuen und zu loben. Ich komme zum Schluss. Letzter Satz. Dass viele Menschen zunehmend verärgert, enttäuscht und zornig sind, wie Sie sagen, liegt auch nicht an den kritischen Kommentaren von Medien und Interessengruppen der GEW oder der Opposition, die die Menschen verwirren würden. Nein, es liegt an Ihrer Politik. Es liegt daran, dass Sie Warnungen ignorieren und Vorschläge abbügeln. Vielen Dank. Nach der von uns vereinbarten Rednerreihenfolge rufe ich nun die Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion, Frau Claus, auf. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bevor ich auf die Vorredner eingehe, möchte ich noch einmal die Situation einordnen. Wir kommen aus ganz harten vier Monaten und, wenn wir ehrlich sind, aus einem ganz harten Jahr. So lange dauert die Pandemie jetzt schon. Jetzt sind wir in der Fastenzeit, aber wenn wir ehrlich sind, fasten wir schon ein ganzes Jahr lang, und das betrifft jeden. Deswegen will ich zu Beginn ganz ausdrücklich und mit Nachdruck meinen Dank an alle richten, die mit ihrer Disziplin, mit ihrer Akzeptanz und mit ihrem Verzicht dazu beigetragen haben, dass wir den Anwachs der Mutationen bzw. Infektionszahlen zunächst stoppen konnten. Obwohl die Maßnahmen gewirkt haben, haben wir uns dann in eine Seitwärtsbewegung begeben, und die Mutationen sind stärker geworden. Jetzt kamen große Erwartungshaltungen insgesamt dazu, nach diesen schweren Monaten auch absolut nachvollziehbar. Das haben wir jetzt eben schon beschrieben. Viele sind genervt – ich zitiere auch noch einmal –, haben die Schnauze voll, und vielen ist das Virus egal, aber das Virus sagt, dass es nicht egal ist. Es baut sich wieder auf. Ich weiß auch, dass viele von Ihnen jetzt denken, wir haben keine Lust mehr auf diese Inzidenzen, wir können sie nicht mehr hören. In diesen Zeiten suchen Menschen Halt und Gewissheit. Wie sich die Zahlen entwickeln, kann im Moment keiner sagen. Es gibt Modellrechnungen, aber ob es so kommt, das weiß man nicht. Gleichzeitig ist also vieles ungewiss, und frei nach Ringelnatz, sage ich einmal, sicher ist, dass nicht sicher ist, und selbst das nicht. Die Situation beschreibt sich also für die einen so, dass sie am liebsten alles auf hätten, und für die anderen so, dass sie am liebsten gerne alles zu hätten. Beides geht nicht, und beides haben wir heute auch hier gehört. Ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe in den letzten Wochen mit ganz vielen Menschen gesprochen. Da war Familie in der Krise dabei, die Kritik daran übten, dass die Kinder nicht schneller und umfassend wieder in die Schule kommen. Und es gibt die Eltern, die uns anflehen, die Kinder von der Präsenzpflicht zu befreien. Da gibt es Unternehmer, Verbände, Vereine, die Veranstaltungsbranche, Fitnessstudios, Gastronomen, alle, die nachdrücklich auf Öffnungen hoffen und sagen, wir haben gescheite Hygienekonzepte. Und es gibt diejenigen, die sagen, ihr könnt doch nicht öffnen bei Inzidenzen jenseits der 50. Ihr nehmt in Kauf, dass Menschen sterben wegen eurer Politik. Es gibt also alle Positionen. Aber eines steht für uns fest. In einer Zeit der Ungewissheit kann es keine extremen Positionen geben. Es muss eine abwägende Lösung sein. Und die Antworten – da stimme ich zu – von vor einem Jahr können nicht die Antworten von heute sein. Bei steigenden Zahlen – ich wiederhole es noch einmal – kann es keinen ganz aufgeben. Bei den neuen Instrumenten, die wir haben – auch das haben wir schon miteinander besprochen – kann es aber auch keinen ganz zugeben. Um es in einem Bild zu sagen, wir sind weiterhin auf sehr dünnem Eis. Wenn der Untergrund unsicher ist, dann kann man keine großen Sprünge machen. Aber man kann auch nicht stehen bleiben. Man muss mit kleinen Schritten in Richtung des sichernden Ufers gehen. Ich habe Verständnis für alle, die die großen Sprünge machen wollen. Aber das ist nicht verantwortungsvoll. Deswegen ist unser Vorgehen ein abwägendes, ein kombiniertes aus – um jetzt noch einmal den Titel der Regierungserklärung ordentlich zu nennen – Vorsicht, Verantwortung und Vertrauen. Und ganz zu Beginn schaue ich auch wieder auf die Familien, auf unsere Kinder. Hier die richtigen Antworten zu geben, geht nur mit Vorsicht, Verantwortung und Fingerspitzengefühl. Denn in der vergangenen Woche habe ich – ich habe es bereits erwähnt – mit Kolleginnen aus der Fraktion lange mit Familien in der Krise wieder diskutiert. Und sie haben mir ihre Nöte präsentiert, die ich nachvollziehen kann. Da lag es übrigens nicht an der Digitalisierung, Herr Rock, um das auch noch einmal aufzugreifen. Es war das starke Bedürfnis, die Kinder wieder in den Alltag zu geben, sie wieder aus der Isolation rauszuholen. Aber es gibt auf der anderen Seite genau auch die Eltern – auch die kann ich verstehen –, die sich aufgrund der Mutation in den Schulen sorgen. Insoweit haben wir ein System gewählt, das beides berücksichtigen versucht. Insoweit haben wir uns für den vermittelnden Weg an den Schulen entschieden. Und das Gleiche haben wir im Einzelhandel gemacht. Wir haben – und das ist auch eine logische Konsequenz – nach einem Click & Collect ein Click & Meet eingeführt. Und das war auch der Wunsch, wenn wir noch einen Monat zurückblicken, von vielen, gerade aus dem Bereich des Handelsverbandes oder auch der IHK. Insoweit kriege ich viele – lassen Sie mich … Frau Claus, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein. In vielen Gesprächen haben wir auf der anderen Seite die IHK und Gewerbevereine, unter anderem der Cityring Limburg-Weilburg, die IHK Darmstadt oder Alarmstufe Rot gespiegelt, was Sie erwarten. Deswegen müssen wir natürlich Antworten geben, die nicht die gleichen sind wie vor einem Jahr, weil wir die Möglichkeiten haben. Und das ist eine gute Nachricht. Und ich wiederhole es immer wieder. Wir haben einen Impfstoff. Wir können testen. Und wir haben die Nachverfolgung. Und vor einem Jahr waren wir lange noch nicht so weit. Wir haben aber alle Leitplanken, die uns aus dieser Krise führen, und die haben wir immer weiterentwickelt. Das gehört zu diesem Prozess dazu. Und lassen Sie mich noch einmal zurückblicken, weil das ist heute auch etwas zu kurz geraten in der Diskussion. Wir haben in Hessen mit der Lehrer- und Erziehertestung als eines der ersten Länder im Sommer begonnen und diese durchgezogen. Bei uns gab es die Safe- und gibt es Safe-Kids-Studie. Das ist also der Beginn der Selbsttests. Und wir waren bereits im Dezember für 30.000 Impfungen am Tag bereit. Am 27.12. gingen die Testungen auch los. Und es gibt viele glückliche Menschen in Hessen, die bereits geimpft sind. Und ich habe es schon einmal gesagt. Ich komme noch dazu. Ich orientiere mich gerne an Fakten. Deswegen fange ich jetzt noch einmal langsam an. Ich kann jeden verstehen, der ungeduldig mit den Füßen scharrt, weil er noch nicht geimpft ist oder auch wütend ist, weil gestern AstraZeneca ausgesetzt wurde. Das will ich nicht verheimlichen. Ich habe eine WhatsApp mitgebracht von einer befreundeten Grundschullehrerin. Da steht drin, ich zitiere, Impfstopp vor der Kabine. Ich bin voll gefrustet. Ich kann das verstehen. Aber da gehört doch dazu. Und das ist auch Verantwortung und Vorsicht. Deswegen passt dieser Titel so genau. Es ist doch verantwortlich und vorsichtig zu schauen, wenn es solche schwerwiegenden Verläufe gibt mit Sinusvenenthrombosen, dass man der Sache nachgeht und zumindest schaut und überprüft. Und das insbesondere, wenn das Paul-Ehrlich-Institut und die Europäische Arzneimittelbehörde darauf hinweisen, das ist Verantwortung. Ich will nicht verhehlen, dass ich deutliche Sympathien dafür habe, dass wir schnell, wenn die Kausalität geklärt ist, schnell wieder in die Zulassung kommen und in die Verimpfung, um weitere Impfangebote zu machen. Vielleicht auch durch Auflagen oder bei der Herausnahme von Gruppen. Das muss jetzt geklärt werden. Das muss aktuell geklärt werden. Aber da darf man sich an dieser Stelle nicht populistisch mit aufhalten. Auf jeden Fall ist eines klar, dass alle Verantwortlichen mit Hochdruck daran arbeiten. Deshalb danke ich auch einmal all jenen, die so viel Kritik hier erfahren. Ich möchte aber diesen Mal hier danken, die jeden Tag für uns arbeiten. Das ist die Taskforce und allen vorweg der Innenminister. Das ist der Sozialminister. Das sind die Menschen in den Zentren, natürlich auch in den Kommunen. Und all jenen, die die ganze Zeit an der Stelle herausragende Arbeit leisten. Ich will auch noch einmal ein paar gute Nachrichten senden. Auch an dieser Stelle und vielleicht auch einmal ein Gegenbild zu dem stellen, was Sie, Frau Kollegin Faeser, heute wieder getan haben. Sie sind Teil der Bundesregierung. Sie sind aber seit Anfang des Jahres stärker damit beschäftigt, Zwist und Streit zu bringen, als konstruktiv mitzuarbeiten. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Gute Nachrichten sind weiterhin, dass wir erstmals in der Geschichte der Menschheit einen Impfstoff haben. Gute Nachrichten sind, dass größtenteils unsere Heime geimpft sind. Gute Nachrichten sind, dass wir einen Plan für die Tests in den Schulen nach Ostern haben. Gute Nachrichten sind auch, dass unsere Gesundheitsämter noch stärker im Bereich der Nachverfolgung aufgestellt sind. Und um einfach auch einmal eine Zahl zu sagen, weil das auch zu kurz kam. Wir haben 300 Teststellen in Hessen. Die haben wir kurz nachdem die Bundesverordnung kam, eingerichtet. Es gibt 300 Teststellen. Da geht es nicht nur um dezentrale Stellen. Denn die sind teilweise schwerer zu erreichen, gerade in Flächenkreisen. Insoweit ist das System zwischen Kassenärztlicher Vereinigung, Testzentren, Apotheken und Ärzten ein herausragendes. Denn es wird den Menschen in Hessen gerecht. Lassen Sie mich bitte noch etwas einordnen. Herr Rock, Sie wollten in die Welt schauen. Schauen wir einmal in die Welt. Das Virus hat sich in 190 Ländern ausgebreitet. Die höchsten Fallzahlen haben die USA, Brasilien, Indien und Russland. Bei den Inzidenzen liegen heute genau drei Länder in der EU besser als wir. Fast zehn Millionen Impfungen haben wir in Deutschland schon durchgeführt. Und es gibt genau sieben Länder auf der Welt, die mehr geimpft haben als wir. Das sind auch Zahlen, die man einmal zulassen muss. Und nur, weil das immer genannt wird, schauen wir auch einmal nach Israel. Ich habe leider jetzt nur die Zahlen aus der letzten Woche dabei. Aber bei einem Land, das weniger als neun Millionen Einwohner hat und damit weniger als Baden-Württemberg, sind fünf Millionen Einwohner geimpft. Fünf Millionen, das ist die Hälfte der Bevölkerung in Israel. Aber es sind auch fünf Millionen. Bei uns gibt es Stand heute sieben Millionen mit der ersten Dosis und fast drei Millionen mit der zweiten. Das sind halt nur knapp vier Prozent der Bevölkerung. Aber rein rechnerisch sind wir halt auch zehnmal so groß. Jetzt komme ich noch einmal zu einem Fakt. Wir haben viel heute über Hausärzte gesprochen. Erlauben Sie mir an der Stelle einen Hinweis. Mir liegen Hausärzte so etwas von am Herzen. Ich habe so einen starken Kontakt zu Hausärzten, dass ich sogar einen geheiratet habe. So liegen die mir am Herzen. Ich kann Ihnen sehr deutlich sagen, wie wir miteinander in Kontakt stehen. Aber man muss doch feststellen, dass ich höchst objektiv bin. Ich bin höchst objektiv. Das hat der Ministerpräsident auch zu Beginn gesagt. Natürlich wollen wir, dass die Hausärzte so schnell wie möglich mit in die Impfung kommen. Natürlich. Wir wären ja auch dämlich, wenn wir es nicht wollten. Aber da gibt es doch Komponenten, die man berücksichtigen muss. Was sollen die denn derzeit verimpfen? Das ist doch die Frage. Natürlich können Ärzte herausragend impfen. Das hat doch keiner bestritten. Das würden wir nie tun. Aber wir brauchen doch die Impfstoffmenge. Die ist derzeit noch Mangelware. Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, der auch mehrfach angesprochen wurde. Ja, im Wetteraukreis wird schon die immobilen 80-Jährigen mitgeimpft. Weil das ein Testkonzept der Landesregierung ist, genauso wie die 50, die wir vorgesehen hatten. Die hatten wir aber unter der Prämisse vorgesehen, dass wir AstraZeneca in der Verimpfung haben. Jetzt, wo es gerade gestern gestopft wurde, können wir es heute ja nicht mehr verimpfen. Aber wenn es wieder in die Zulassung kommt, dann wurden 30.000 Termine verlegt, Frau Kollegin Faeser. Das muss man doch zulassen. Ich weiß, Fakten sind hart zu ertragen, aber das gehört dazu. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und BÜNDNIS 90-Jährigen Das ist klar, aber ich wiederhole mich noch einmal. Wir brauchen den Impfstoff, den die Hausärzte auch verimpfen können. Frau Wissler, Sie haben unheimlich viele Punkte genannt, die man machen müsste. Ich bin der Meinung, in Hessen machen wir die. Aber ich habe einmal nach Thüringen geschaut. Da werden Sie nicht gemacht. Vielleicht geben Sie die Informationen einfach einmal an den Ministerpräsidenten dort. Das wären wichtige Zahlen, denn das ist auch eine Inzidenz, wenn Sie sagen, da geht der Schutzgedanke vor, der liegt deutlich über Hessen. Insoweit muss mir dieser Ansatz auch noch erlaubt sein. Wir müssen jetzt, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bei allen Ärgernissen Ungeduld und der Erschöpfung durchhalten und uns auch gegenseitig vertrauen. Bei dieser aktuellen Lage denke ich gerne an einen privaten Betreiber von drei Pflegeheimen bei uns im Kreis Groß-Gerau. Ich schätze sein Konzept sehr, weil er gibt herausragende Rahmenbedingungen für die Menschen, die bei ihm wohnen. Er hat eine tolle Einrichtung, liebenswerte Möglichkeiten auch in der Pflege. Er und sein Team, er gibt alles für seine Bewohnerinnen und Bewohner. Eine Sache ist ihm bei allen drei Heimen immer besonders wichtig gewesen. Das ist, dass ein schönes Café neben der Einrichtung steht, damit die Menschen dort die Möglichkeit haben, einfach einmal eine Schwarzwälder Kirschtorte, einen Frankfurter Kranz oder eine ähnliche Torte zu essen. Obwohl das vielleicht Immobile oder Diabetiker sind und das die Gesundheit ganz sicher nicht fördert, auf den ersten Blick. Aber es steigert ungemein die Lebensfreude, es steigert ungemein das Wohlbefinden und vermutlich tut es dem Körper auch gut. Meine Damen und Herren, in dieser Krise setzt die Politik die Rahmenbedingungen, und das seit einem Jahr, und das mit sehr viel Aufwand und Engagement. Sie muss die Entscheidung treffen, um Leben zuzulassen und immer verhältnismäßig zu sein. Das ist Vertrauen, und das ist Eigenverantwortung. Deswegen müssen wir uns die Verordnung sehr genau anschauen, die Inzidenzen in der Kombination mit den Instrumenten, die wir haben. Aber lassen Sie uns doch jetzt noch nicht den Strich ziehen und die Corona-Müdigkeit gewinnen lassen. Wir sind uns doch alle einig, wie hart es ist und dass es noch nicht vorbei ist. Lassen Sie uns deswegen gemeinsam konstruktiv daran arbeiten, dass wir hier gemeinsam mit Vorsicht, Vertrauen und Verantwortung herauskommen, um das Virus zu besiegen. Also lassen Sie uns weiterhin stärker sein als das Virus bei all dem Streit, den wir in der Sache haben. Vielen herzlichen Dank. Nun erteile ich dem Fraktionslosen Kahn das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Die berühmten Verse Hölderlins gelten auch für die COVID-19-Pandemie. Infolge andauernder Einschränkungen und Entbehrungen lassen landesweite Impfungen ein Ende der Pandemie erhoffen. Das, meine Damen und Herren, wäre das Beste. Das hat sich doch inzwischen einiges an Widersprüchlichem oder Unverständlichem aufgetürmt. Wenig nachvollziehbar war und ist, welche Freiheiten aus welchen Gründen eingeschränkt werden und welche nicht. Den wachsenden Unmut kommentierte Ministerpräsident Bouffier kürzlich mit einem derben Satz. Ja, nichts trifft die gegenwärtige Seelenlage der Bevölkerung besser. Geht es doch um die Frage, wie lange werden die COVID-19-Maßnahmen von einer bislang bewundernswert und opferbereiten Gesellschaft, abgesehen von einer uneinsichtigen Minderheit, noch als verhältnismäßig angesehen und getragen. Mag sein, dass eine hohe Fallzahl ist ohne das andere unsere Freiheit derzeit nicht zu haben. Auf dem Spiel steht allerdings, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Politik, das sagte kein anderer Geringerer als Kurt Schumacher, sagt, Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Für die Pandemie müsste es heißen, nicht nur in die eine, sondern auch in die andere Richtung zu sehen. Vor allem nicht mehr nach rückwärts, sondern nach vorne. Wir sind, glaube ich, an einem Wendepunkt angekommen, der vernünftige, umfangreichere und vielleicht auch nachvollziehbare Lockerungen herausfordert. Ein erlaubter Haarschnitt reicht nicht. Die Menschen möchten nicht länger beschnitten sein und vom sozialen und kulturellen Leben ausgegrenzt. Daher mein Appell unter strikter Einhaltung der Abstandsregeln möglichst bald, wenn es das pandemische Geschehen erlaubt, Kinoseele, Theater- und Opernhäuser, Museen wieder zu öffnen. Das gilt auch für Amateur- und Hobbysportarten im Freien wie auch für die Gaststätten. Mehr Bewegung stünde auch der Politik insgesamt gut zu Gesicht, mit Vernunft und Augenmaß, wie es der Ministerpräsident zu Beginn seiner Amtszeit einmal formulierte. Mehr Mut, mehr Vertrauen und auch mehr Verhältnismäßigkeit wagen. Das wäre es, was Hessen weiterbringt, und Hessen wird es Ihnen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, danken. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, damit ist die Regierungserklärung abgehalten. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag Fraktion der Freien Demokraten Wissenschaftsfreiheit an hessischen Hochschulen stärken, Drucksache 20-5335. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 93 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 53 zu diesem Thema aufgerufen werden. Du bist die Vorstellung. Dann wird das aufgerufen. Und dann wird das Ganze in der Tür zu treffen. Aufgerufen muss man in der Tür zu nehmen.